Sie überlegen an der THM zu studieren, aktuell ihre Deutschkenntnisse zu verbessern oder verschiedene Studiengänge kennenzulernen? Dann möchten wir Sie sehr herzlich einladen, am PreStar die THM-Programm teilzunehmen. PreStar die THM gibt Ihnen die Möglichkeit, schon vor Beginn des Studiums Einblicke in die THM und Studienfächer aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Informatik und Wirtschaft zu bekommen. Sie können als Gasthörerin Vorlesungen besuchen, das Studium in Deutschland und das praxisnahe Studienangebot der THM kennenlernen und Fachdeutsch lernen. Sie erhalten viel Unterstützung und Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und unsere studentischen Tutorinnen. Außerdem können Sie bereits vor dem Studium an unserem internationalen Buddy-Programm teilnehmen und Studierende der THM kennenlernen. Zum Abschluss erhalten Sie von uns bei erfolgreicher Teilnahme und Abgabe aller Unterlagen natürlich eine Teilnahmebescheinigung. Die Tutorinnen des Programms stellen Ihnen Online-Vorlesungen und Lernunterlagen zur Verfügung und sind Ihre ersten Ansprechpartnerinnen für alle Fragen. Im Rahmenprogramm stehen Ihnen Vorträge, Erklärvideos, eine UniAssist-Sprechstunde und vieles mehr zur Verfügung. Unsere Themen umfassen das gesamte Spektrum an wichtigen Informationen zum Studium. Unter anderem, was kann ich an der THM studieren? Wie finanziere ich mein Studium? Wie bewerbe ich mich für ein Stipendium oder einen Studentenjob? Wie kann ich mich auf die Deutschprüfungen für meine Bewerbung vorbereiten? Sie möchten am pre-study THM-Programm teilnehmen? Dann nutzen Sie sehr gerne unser Online-Formular auf unserer Webseite. Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.